wir halten es wie hänsel und gretel und folgen den spuren auf dem boden und gucken ob sie uns zum ziel bringen mal schauen wo wir da landen we kept the area pristine for you boys, let's check it out mode to kill, motten dings, motten dings ist jemand die gehen ja noch weiter ich esse nix warte, warte, leg's an der wand ja ja, ich will zu dem zettelchen da, was auf dem boden liegt zettelchen? ah, zettelchen das muss ein kode sein oder ein cipher lindenschrift? ne, das sind würfel ja, ja ok, haben wir mal notiert wo kam die denn her, die olle? nicht du halt konntest du was angucken doch, da war doch gerade ein ding 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 schon wieder da war keine lupe doch, doch ach, da schau, ne hand sag mal echt so, wie hat denn der die da runter gekriegt, wenn ich mal fragen darf soll ich einfach noch klettern? klettern wir auch oh, das hätte ich nicht geschafft, oder? ehrlich, ehrlich ich hab ja keine kraft in den arm meine güte, mach langsam da waren blutspuren am geländer konnte ich die angucken? weiß ich nicht ich glaube nur, dass ich das... ich meine, ich hätte gesehen, dass da irgendwie Blut drauf war ja, da... ne, 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 ne aber ist auch nicht geil mein Gott schon wieder Blut noch ein Zettel ein Briefchen aber nur ein Umschlag das ist weg wo ist alles, was das bedeutet, uns zu nehmen? ja, das frage ich mir aber auch er will uns diese Dinge finden er hat sie für uns gut für dich, well wir haben eine neue M.O. ich hab dir gesagt, er war nicht unser Typ oder wir könnten nur mehr sicher werden ja, das glaube ich nehme ich auch nach hinten raus, auf die andere Seite kannst du nicht, ne, von dem Taubenverschlag da ne, da meine ich nicht du konntest da schon wieder was angucken gerade wir müssen ja eh zurück da liegt da schon wieder was ah ja, da mach auf schwinge enameled and gold plated this was precious to her sag mal das stimmt doch irgendwie alles nicht das ist doch eine gelegte Spur das ist doch eine gelegte Spur das denke ich auch aber wir müssen dem ja nachgehen wie so ein kleines Äffchen unser Kohl, hm also bitte hold from the finger and hung up here what's the significance als nächstes finden war ne bombe pass auf und das wars dann mit uns ja ja schon mal ein Tischchen ja Farbe looks as though the killer was decorating with this keine Farbe aber aber, naja, angepiselt halt ja die zweite Hälfte son of a bitch wants her identified mrs antonia maldonado 712 north hill street downtown ok hey Gesundheit ach, danke wolltest du den Rest nicht noch angucken? ach, ging gar nicht mehr, wa? äh ok habe nichts gemacht ähm was äh die Musik spielt doch noch, wir haben noch nicht alles gesehen die Musik spielt doch noch, ich will ja auch noch gar nicht gehen, aber ich muss ne, das ist die normale Musik ne, das ist die Übergangsmusik ne, das ist die Übergangsmusik hä? aber wir können ja jetzt alles nicht nochmal abgehen von dem weiß ich gar nicht wo ach so, da hinten da rechts hat irgendwas geblinkt naja, das ist ja dieses ja ah ja ja das ist ja es ja Hauskei strung up like bait on a hook mhm mhm so, jetzt ab sehr gut ja, wir sind sonst nicht zufrieden mit der Musik ist auch wenn wir die Befragungen immer verkacken ja weise haben wir schon mal alle so, warte jetzt muss ich erstmal kurz wählen Äh, zu der Isha nach Hause. Ja, jetzt ist nämlich Tat auch durchgestrichen. Sehr gut. Jo, machen wir. Fahren wir hin. Kannst du zu diesem? Natürlich kann er. Denkst du, er versucht, uns irgendwo zu lassen? Wahrscheinlich bis hin zur Stadt Hallen. Es war Mrs. Melvinano, richtig? Das ist affirmativ. Okay, also dann gibt es einen Mann, den wir schauen müssen. Kriegst du ihn? Wir haben die Kasse geschlossen. Ah, Rusty's Razor, natürlich. Ich will keine Frage stellen, dass du die technische Technik testet hast, Detective Galloway. Aber die D.A. braucht nicht ein klartes Kasswort, bevor er die Buch schlägt? Ich habe eine Konfession. Und, du weißt, es gibt Möglichkeiten. Ich bin sicher. Das war das nicht. Das Mann war das nicht, egal was die Beweise sagen. Das stimmt alles hinten und vorne nicht. Und auch der Moller, oder wie er hieß, der war das auch nicht. Oh, mehr Schweinchen. Halt die Klappe ab. Ah ja. Guck mal, er schwebt. Wait just a moment. Okay. Parsons Boarding House. Hello. Entschuldigung. Kann ich dir helfen? L.A.P.D., ma'am. Detektiv Phelps in Galloway. Ist die Frau Maldonado hier? Ja, sie ist. Ich bin die Frau Barbara Lepente, die Bewohner dieser Bordenhaus. Ist es ein Problem? Ich glaube, so, ma'am. Glaubst du, wenn wir in? Ist es irgendwo, wo wir das diskutieren? Natürlich. Finde ich nach dem Parler. Oh, das ist ja süß. Ich glaube, das ist ja süß. Es ist ja süß. Oh, das ist ja süß. Frau Maldonado war tot heute Morgen. Tod? Oh, nein! Sie kann nicht so sein. Ich bin mir gefährdet, Frau. Wir brauchen sie zu sehen. Ich kann nicht glauben. Eine Person ist so alive. Und dann ist sie weg. Antonia! Antonias' room is upstairs, last door on the ladder. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, ma'am. Hey, Cole! Get moving! Fünf halt! A smashed window explains why the place looks tossed. Was tust du denn da durch? The pot. I have to get to it. So that's why the pipe was shot. So someone broke in using this thing instead of a crowbar. I wonder where was taken from? From the zoo. From your zoo. From the zoo. We'll find out. Jo. Noch'n Brief. Laufend die diesmal nicht empty. Ah! Mal was drin zur Abwechslung. Passtens Pension, so. Adresse. Muss ich jetzt lesen? Antonia. Bezugnehmend auf meinen Brief vom 7. August möchte ich Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, dass Ihr Gesuch an den obersten Gerichtshof des Staates von Kalifornien angenommen und ein Gerichtstermin angesetzt wurde. Ihr Fall, Ihr Fall, Prozesslistennummer, wird am 17. September angehört. Ja, weiter runter. Ich wurde darüber informiert, ich wurde darüber informiert, dass Ihrem Ehemann Angel Christopher Maldonado wohnhaft in ... ... die offiziellen Unterlagen ... ... zugestellt wurden und dass sein Erscheinen im zentralen Bezirksgericht am oben genannten Termin gewünscht wird. Obwohl es nicht notwendig ist und viele Frauen in ihrer Position sich dagegen entscheiden. Würde ich Ihnen raten, im vereinbarten Termin ebenfalls im zentralen Bezirksgericht zu erscheinen. Hä? Was? Meine Erfahrungen? Nochmal eins hoch. Achso. Okay, we have an address. Ja, ja, jetzt mach nochmal. Mann, nee. Nee. Mann. Meiner Erfahrung nach kann die Anwesenheit einer weiblichen Klägerin in Fällen wie diesem den Ablauf positiv beeinflussen und wenn Ihr Ehemann ... ... am 17. September nicht erscheint, was Ihre Aussage nach wahrscheinlich ist, kann das nur unsere Chancen verbessern. Mit freundlichen Grüßen, Frederick D. Tattersall. Es klingt für mich auch schon wieder nach häuslicher Gewalt. Ja. Und dass sie sich scheiden lassen möchte. Ja, und sie hat ihn angeklärt, ne? Genau. Und dass sie ihm deswegen eigentlich nicht begegnen möchte, es aber von Vorteil wäre, wenn sie trotzdem dort erscheinen würde. Eben weil sie eine Aussage machen kann zu dem Fall. Wurde auch erklären, warum sie in dieser Pension wohnt. Und die war aber hübsch. Die Charm-Bracelette war nicht in der Krime-Scenen-Evidenz. Oh, das war's schon. Mein Gott. Ging er fix. Hm. Achso. Zurück zu der netten Lady. Und einmal fragen, warum sie dort wohnte. Und nicht bei ihrem Göttergattin. Na ja, warum wohl. Wir haben bis jetzt ja nur Vermutungen, wir brauchen ja Beweise. Ja, ja, ja. Sonst kriegen wir wieder einen auf den Deckel. Wir haben einige Fragen, Ma'am, wenn Sie auf das. Ja, Detective. Ich werde mein Best. Was ist sie? Was ist sie? Was ist sie? Was ist sie? Haa, das ist Roxy. Wahrheit. Was kannst du uns über Angel Maldenado erzählen? Sie haben ihn ihr 17 Jahre alt. Er war für ihr sehr fröhlich. Sie war eine gute Mädchen. Ein wenig auf dem religiösen Seite, aber eine gute Mädchen. Übertrieben religiös und dann lässt sie sich scheiden? Passt für mich ja schon wieder nicht, ne? Naja, vielleicht hat sie sich aber gegenwählendigem entschieden. Davon weiß sie aber viel anzweifeln, würde ich machen. Na, cool! Sie hat ziemlich viel trinkt lately. Diese Bar hat einen Namen? El Dorado Bar. Das ist ein latinoes Ort auf Nord Los Angeles Street. Das sind nur ein paar Blöcke, wo wir das Körper gefunden haben. Cool. Also wirklich, also, also... Komm, noch einmal noch, noch einmal noch. Du hast einen Break-In? Nein! Das kann nicht wahr sein. Äh, noch jetzt mal gucken. Der zerbrochenes Fenster haben wir also? Also, also, also... Wie geht das wieder zu? Naja, das muss sie aber nicht wissen, dass sie davon weiß. Oder? Ich würde es trotzdem so machen. Ja, dann mach mal. Ja. Das ist ein zerbrochenes Fenster. Ja, das stimmt natürlich. Oh, 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 oh. Ob wir diese Glückssträhne beibehalten und die nächste Frage auch mit einem Häkchen vorbehalten? Gucken wir mal in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Wir sind gespannt. Bis dann. Bis dann.